Jo Leute, was geht? Ich bin der Steve. Und ich bin der iPhone. Heute wieder mit einem Random Shit Video, jedoch mit einem bestimmten Thema, was uns sehr am Herzen liegt, weil heute ist ja Heiligabend. Jeder feiert gerade mit seiner Family Weihnachten im warmen Zuhause, auf dem Sofa, vor dem Kamin. Aber es gibt welche, die es nicht so gut haben. Wir reden über Menschen, die obdachlos sind, auf der Straße leben und daher dieses Fest nicht feiern können. Dabei haben wir uns gedacht, machen wir ein paar Geschenktüten für sie, wo wir Getränke, so eine Decke für die kältere Nächte und selbstgemachte Brötchen von Semmeln bis zum Toast machen mit Käse und Wurst und alles umdran. Und ja, die Tüten sind jetzt verpackt. Wir gehen dann gleich raus und verteilen sie an die Bedürftigen. Ja und mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass in jedem Menschen eine besondere Persönlichkeit steckt. Komm, Digga. Nein, 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 warte, warte, warte. Was denn? Ich muss mich noch vorbereiten. Was für vorbereiten, Digga? Warte, pass auf. Oh, boah, hier kommt dieser Scheiße auch auf einmal her. Fong, was hast du wieder gemacht? So, jetzt sind wir bereit und jetzt können wir losgehen. Okay. So, erst mal eine Decke, was zu trinken und noch was zu essen. Hey, Digga, Mann, das sind doch ernst wie eine Tüte und die Flaschen sind auch schwer. Wie willst du das bitte alles tragen? Überlast es mir, ja, pass auf. So, darf ich das geben? Ja. Ja, bitte. Das hat wir essen, trinken und eine Decke sind drin. Bitte, bitte alles Gute, ja? Gerne, gerne. So, boah, es ist echt kalt hier. So, nämlich ja Weihnachten. Die Decke wird helfen. Das passt da. Da ist eine Decke drin für Sie. So, für Sie nachher alles Gute. Das ist eine Decke drin für Sie. So, für Sie nachher alles Gute. Alles Gute. Alles Gute! Danke schön. Alles Gute. Entschuldigung, darf ich Ihnen das geben? Ja. Ja? Bitteschön. So, Sie auch noch? Dankeschön. So, wünsche ich noch fröhliche Weihnachten dann. Ja, Dankeschön. Wir sehen uns. Tschüss. So, das war's jetzt von uns mit dieser Aktion. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Wir selber wurden ebenfalls inspiriert von diesen YouTubern. Schaut euch deren Videos an, die sind echt cool gemacht. Ja, und ich muss noch erwähnen, dass diese ganze Aktion selbstfinanzierend war. Wir haben selbst aus unserer Tasche gezahlt und wir werden dieses Video nicht monetarisieren. Es wird keine Werbung eingeschaltet, weil wir denken, bei diesem Thema wollen wir kein Geld verdienen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilen könntet, somit, dass es jeder sehen kann. Egal ob Bekannte, Freunde, whatever. Und als Dankeschön würde ich mich von meiner liebgeborenen Breakout-Jacke trennen und es an euch verlosen. Ein Weihnachtsgeschenk von mir für euch. Wie ihr teilen können, teilt einfach dieses Video auf Facebook oder über Twitter mit Hashtag BreakoutTV-Initiative. Teilnahmeschluss ist dann der 6. Januar 2014. Der Gewinner oder Gewinnerin wird durch einen Zufallsgenerator gewählt und der Name wird dann auf unsere Fanseite veröffentlicht. Wenn ihr mal wieder sowas seht, schaut nicht weg, zeigt die Initiative. Und vergesst nicht, jeder von euch kann anderen Menschen alle Freude bereiten. Es hängt nur von euch ab. Und in diesem Sinne wünschen wir euch trotzdem frohe Weihnachten und wir sehen uns nächste Woche wieder. futures h البollt. parentf einer